Die Wahrscheinlichkeit hat sich erhöht, dass der frühere US-Filmproduzent Harvey Weinstein den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird. Ein Gericht in Los Angeles verurteilte den 70-Jährigen wegen der Vergewaltigung einer Frau in einem Hotel in Beverly Hills vor zehn Jahren zu 16 Jahren Gefängnis. In dem Prozess war Weinstein im Dezember wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig gesprochen worden. Nun folgte das Strafmaß. Weinstein legte umgehend Berufung ein. Es handelt sich um den zweiten Vergewaltigungsprozess gegen den früheren Film-Mogul. Weinstein war in einem anderen Verfahren in New York wegen Vergewaltigung und schwerer sexueller Nötigung bereits vor zwei Jahren zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt worden und sitzt in Haft. Auch gegen dieses Urteil legte Weinstein Widerspruch ein.